Norddeutscher Rundfunk 2021 Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schmerzig. Der Angriff könnte was werden. Aufgleich. Drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tors. Er setzt sich durch. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich. Gute Chance. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Unhaltbares Ding, Buschi. Der war perfekt platziert. Hundertprozentig richtig, Wolf. Ein Traumtor. Die Ecke kommt. Und da fällt der Ausgleich. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Andres Silva. Vielleicht die Führung jetzt. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Da ist er ganz einfach durchgegangen. Nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. Rudi. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. André Kramarisch. Grischa Prönel. Unglaublich. Da ist der Ausgleich. Wir blicken nochmal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das... Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden. Das war's.